So, moin! Aufgrund der vielen Nachfragen und aufgrund des Gewinnspiels natürlich, stellen wir heute unseren neuen Mitarbeiter vor. Ihr habt ja vielleicht schon mal vor einem guten Jahr, glaube ich, das Video gesehen, wo es darum ging, dass wir Neuerungen vorhaben, wo wir dann bei Ufkes in Drachten im Sommer, ich glaube das war Sommer letzten Jahres, das Werk besichtigt haben. Und uns die Großhacker, die Ufkes baut, angeguckt haben. Und da stand damals schon dieser Häcksler als Prototyp in der Halle. Der stand da schon als Prototyp in der Halle, ziemlich zu Schluss vom Video. Und wir waren da damals schon scharf drauf. Die Dinger sind jetzt tatsächlich serienreif und die gibt es zu kaufen. Und der Vertrieb läuft über Schüttke in Deutschland. Ufkes hat sich also mit Schüttke zusammengetan, das habe ich ja schon mal in einem Video erwähnt. Und die verkaufen die Dinger jetzt. Und da blieb mir nichts anderes übrig, nachdem der Prototyp dann ja hier war zur Demo, blieb mir nichts anderes übrig, als ein Ding zu kaufen. Das habe ich getan. Ihr habt auch schon das erste Video von dem im Einsatz gesehen bei unserer Tanne. Und nun waren halt viele Fragen zum neuen Krümelmonster. Und nun möchte ich euch den einmal trocken vorstellen. Wie unsere ausgestattet und aufgebaut ist, weil der hat viele, viele Unterschiede zum Prototypen. Dann mache ich den eben einmal an, baue den auf und dann klären wir noch mal ein paar technische Details. Und dann könnt ihr kommentieren und gewinnen. Guti, also kommen wir mal zu dem guten Stück. Der Häcksler ist sehr gut durchdacht. Ihr könnt eben die Tülle abklappen. Dadurch habt ihr dann die gleiche Höhe wie den Kran. Und seid nicht so hoch wie zum Beispiel bei unserem Jensen, bei unserem Alten. Da konnten wir die Tülle nicht abklappen. Da mussten wir immer mit den Durchfahrtshöhen aufpassen. Also hier könnt ihr die Tülle abklappen. Im Gegensatz zum Prototypen habe ich ein paar Mark mehr in die Hand gegeben. Um zum Beispiel die Klappe von der Tülle hydraulisch höhenverstellbar zu haben. Um die ganze Tülle hydraulisch hochklappen zu können. Und natürlich um hier auch das Drehen voll hydraulisch zu haben. Also wir haben an diesem Häcksler, brauchen wir nichts mehr mit den Händen machen. Sondern wir können alles vom Kommandostand aus voll hydraulisch steuern. Alles von hier aus steuerbar. Nichts mehr mit einer Kurbel, nichts irgendwie mit einer Feder oder mit einer Klappe oder so. Alles voll hydraulisch steuerbar. Kostet wie gesagt ein bisschen mehr. Das Besondere an diesem Häcksler ist, dass der Motor im Gegensatz zum Beispiel zum Jensen von der Hackscheibe entkoppelt ist. Das kannte ich schon aus Amerika. Zum Beispiel von den Moorbach und von den Fairmeer Häckslern. Die haben das auch. Düker hatte es früher auch. Ich glaube die bauen gar keine Anhänger Häcksler mehr. Ich glaube die bauen nur noch Kommunalmaschinen. Müsste ich aber lügen. Aber Düker hatte es früher auch eine Zeit lang. Ihr müsst also den Motor einkuppeln. Das haben wir den ganz großen Vorteil, dass ihr den Motor ohne Belastung starten könnt. Und dann erstmal ein bisschen warm laufen lassen könnt. Alles aufbauen könnt. Einkuppeln könnt. Und dann erst über diesen Schalter die Drehzahl hochfahrt. Aber das zeige ich euch nachher nochmal. Hier ist dann ganz normal der Kommandostand. Das ist tatsächlich das einzige was nicht hydraulisch klappbar ist. Das müsst ihr also noch von Hand entriegeln und runterklappen. Dann kann man... Also ich erkläre es jetzt einmal wegen Krach. Trocken. Aber dann zeige ich euch es einmal. Der Cheater ist so ausgestattet hier in dieser Ausführung, dass ihr den sowohl von Hand als auch mit dem Kran beschicken könnt. Dazu ist nur die Stellung des Tisches entscheidend. Wenn ihr den also mit dem Kran beschickt, muss der Tisch ganz nach unten gefahren werden. Dann ist dieser Bügel sehr unempfindlich gestellt. Also wenn ihr damit direkt mit dem Kran vorschlagt, stellen sich die Walzen trotzdem noch aus. Wenn ihr aber einen Ast oder so habt, der sich verhakt, stellt sich die Walze nicht aus, zieht das alles durch. Wenn ihr den Tisch gerade stellt, ist der eingestellt für Handbeschickung. Das heißt, dann sind diese Knöpfe voll in Funktion. Der Sicherheitsbügel voll in Funktion. Das schaltet dann also auch sehr empfindlich ab. Und ihr könnt ganz normal die Walzen vorwärts-rückwärts steuern und stoppen. Ansonsten bei Kranbeschickung habt ihr natürlich hier oben euren Kommandostand, Stützen, Greifer, Kran. Das erkläre ich aber gleich alles. Hier oben ist nochmal eine schöne Schiene. Die beiden Punkte sind dazu da, dass ihr, weil ihr natürlich die Walzen nicht sehen könnt, dass ihr ungefähr wisst, wo ihr das Holz einführen müsst, wenn ihr vom Kran aus beschickt. Hier ist der Kran. Nichts Besonderes. Ganz normaler kleiner Forstkran. 4,20 Meter. Hebt auf 4,20 Meter netto noch 500 Kilo. Gut. Dann haben wir direkt den Werkzeugsatz hier mit bei. In der vernünftigen Kiste. Eine Besonderheit ist noch, die wir haben. Wir haben hier noch die Fernbedienung mit dazu. Womit ihr den Einzug auch nochmal steuern könnt. Falls ihr den Hacker extern mit dem Bagger beschickt und jetzt auf einem Bagger sitzt und hier am Fuhrwerken seid, dann könnt ihr mit der Fernbedienung die Walzen und den Einzug und alles nochmal steuern. Also die haben wir auch nochmal dabei. Also so wie der hier steht, ist das quasi top notch. Mehr könnt ihr nicht dran schrauben. Mehr könnt ihr nicht bestellen. Das Einzige, man kann sich vorne die Joist, also man kann sich das Bedienpult noch ändern lassen auf Joistick. Das wollte ich jetzt aber nicht. Man kommt auch mit der Bedienung ganz gut klar. Und es gibt tatsächlich noch eine Bauchladen-Fernbedienung. Da ist aber zum Beispiel das Blöde, wenn du andersrum vor dem Hacker stehst und die ganze Zeit linksrum bedient hast, musst du plötzlich rechtsrum bedienen. Und ich finde das ganz gut, wenn derjenige, der die Maschine führt, auch oben auf der Maschine steht und auch merkt, wie die Maschine sich bewegt und da so ein bisschen mitfühlt und dann eben auch sieht, was da passiert. Und nicht so von 30 Meter Entfernung da mit der Fernbedienung im Auto sitzt oder so und da irgendwie am Hacker rumfuhr werkt. Finde ich nicht gut. Das ist das Prospekt, was Schüttke dabei liefert. Hier stehen nochmal die technischen Daten. Die lese ich euch jetzt auch vor, solange der Hacker noch nicht läuft. Also der Hacker wiegt 3470 Kilogramm. Ich denke vollgetankt und mit dem Ersatzrad vorne dürfte er etwas über dreieinhalb Tonnen liegen. Ich weiß es aber nicht genau. Also er ist schon Eisenschwein. Dann ist er 4,70 lang, 2,05 Meter breit, hat einen Einzug von 30 auf 32 Zentimeter. Er hat eine fast Meter im Durchmesser große Hackscheibe, fast 6 Zentimeter dick, hat drei Gegenmesser, macht von 12 bis 22 Millimeter Hackschnitzel. Ist nicht ganz richtig. Ich finde eher, dass er größere macht. Also er hat ja keine Siebe drin, ist ja kein Trommelhacker, ist ja ein Scheibenhacker. Ich bin aber der Meinung, dass er durchaus locker zwischen G30 und G50 macht. Also da kommen schon echt, echt große Flocken raus. Wenn der richtig Holz kriegt, kommen da schon echt so Streichholz bis Zigarettenschachteln raus. Also ist schon böse. Dann hat er natürlich diese Ausführung, den 68 PS Hartzdiesel drauf, das ist die Landpack. Die neuen, vergesst den Hartzmotor, gibt es nicht mehr. Das hier ist der letzte mit gebautem Hartzmotor. Darum ist der auch nicht in unseren Werksfarben. Also der ist nicht grün-grau, sondern rot-grau in Ufkesfarben. Das liegt daran, dass die den schon angefangen waren zu bauen. Und ich unbedingt einen mit Hartzmotor haben wollte und gesagt habe, ich nehme den. Baut die Änderungen dran, alles hydraulisch, so wie ich das haben will, aber ich nehme den. Ich wollte nicht auf den Kubotor-Motor warten. Also die neuen sind mit Kubotor-Motor, mit etwas besserer Abgasnorm schon. Aber eben auch mit mehr PS dann. Das Problem ist, durch die Abgasaufbereitung wird natürlich auch wieder ein bisschen Leistung geschluckt. Dieser ist ohne Abgasaufbereitung. Von daher habe ich gesagt, nee, nee. Ich nehme dann das, was sich bewährt hat und bin dann nicht ganz so grün unterwegs wie dann die anderen in Zukunft. Der Tank geht 70 Liter rein, die Kupplung ist manuell. Klar, die Kranreichweite 4,20 Meter, hatte ich gesagt. Das ist ein 80 kmh-Fahrwerk drunter, zwei Achsen und Kugelkopf. Also der Hacker ist wirklich das Maximum, was du am Kugelkopf noch ziehen kannst. Er läuft schön hinter dem Auto, er läuft gut hinter dem Auto, er ist auch gut ausbalanciert. Aber es ist halt wirklich, du merkst, dass du Gewicht dahinter hast. Das merkst du tatsächlich. Also ich würde da jetzt nicht, also den Nissan, den Pick-up, habe ich da nicht gerne vor, weil er einfach auf der Ladefläche hinten zu leicht ist. Mit Ruby ist das kein Problem, mit meinem LKW ist das kein Problem. Aber ihr braucht schon ein Auto, was ein bisschen Gewicht auf der Hinterachse hat. Goodie. Ja, wie gesagt, top Werkzeug dabei. Viele haben mich gefragt, warum hast du keine Reisigzange genommen, warum hast du den Rundholzgreifer genommen. Man würde viel zu viel Erde immer mitnehmen. Also wenn ihr ein bisschen Gefühl für den Kran habt, nehmt ihr keine Erde mit. Also ich kann die Stämme auch so greifen, dass ich unten nicht die ganze Scheiße mitnehme. Und der Reisiggreifer ist ja ein Fünf-Finger-Greifer, hat ja auf einer Seite, also der greift ja so ineinander und der hat natürlich auch mehr Gewicht. Der ist schwerer und dann habt ihr natürlich so 30, 40 Kilo weniger Kran-Kapazität. Das merkt man dann schon, glaube ich, finde ich, denke ich. Diese Mützen habe ich ja schon mal in dem Video gezeigt, für alle, die es nicht gesehen haben. Jetzt unter diesem Video kommentieren. Wir haben einen ganzen Packen von diesen Mützen und ich schicke euch die dann kostenlos zu. Wir werden also über Zufallsgenerator wieder ein paar Gewinner ermitteln. Ich glaube, ich habe sechs oder acht Mützen. Und dann schicken wir euch diese Mützen zu, sind ganz schick. Schüttke, ja, feine Mützen, gute Qualität für den Sommer, damit euch die Sonne nicht so auf der Pläte brennt. Kleines Geschenk von mir an euch. Hier drunter ist der Tank versteckt. Hier drückt man dann einfach mal auf die Knöpfe. Dann habt ihr hier die Batterie und den Tank. Und ihr habt hier noch ein großes Fach, wo ihr Werkzeug, Ersatzmesser und so reinpacken könnt. Ich kann euch übrigens mal kurz zeigen, da habe ich gerade vergessen, das Video wird wieder viel zu lang, aber das ist bei so Erklärbär-Videos immer so. Übrigens hier auch vernünftige Lampe mit dabei, vernünftige Fettpresse, gute Qualität, einhändig zu bedienen. So was hat Tina auch für den Twin-Träger. Was ich euch aber zeigen wollte, das hier sind ein Satz neue Messer. Das sind also echt schwere, große Dinger, ja. Noch einen Tacken größer wie von unserem Jensen. Auf jeden Fall. Übrigens braucht ihr keine Angst haben, dass der Motor zu schlapp ist. Der hat also so viel Schwungmasse, der Hacker, dass der echt selten nur in Antistress geht. Und dass der auch, ja also der zieht wirklich gut durch, ne. Also der Jensen hat ja den gleichen Motor drauf. Der macht schneller schlapp als dieser hier, auf jeden Fall. So, dann habt ihr hier das Ersatzrad. Das Ersatzrad, ganz normal Stützrad, vernünftiges Spiralkabel, was ich total voll finde, weil das rollt sich jetzt auf. Und wenn ihr lange Kurven fahrt oder weite Kurven fahrt, wenn das knapp ist, das kann sich schön... Das ist mal echt wieder gut durchdacht. Schöne Spiralkabel, vernünftiges Stützrad, Ersatzrad. Wie gesagt, die Schut, voll hydraulisch. Das Ganze ist echt gut lackiert und hat auch alles echt schwere Ausführungen. Also das Hydrauliköl wird zum Beispiel von der Schwungmasse, von den Flaps, die da dran sind, wird das auch gekühlt. Deswegen läuft das hier. Das wird also damit gekühlt. Dadurch beugt man Überhitzungsfehlern vor. Es sind überall, ich weiß nicht, ob Tina das zeigen kann, alle Verschleißgeschichten. Hier oben in der Schut. Ich habe bei meinem Jensen, habe ich den Trichter wohl schon zweimal neu geschweißt. Und selbst einmal die Trommel. Die Trommel unten war durchgeschliffen. Ufkes, weil die ja nun mal eigentlich Großhäcksler bauen, die noch ganz anders was zu leisten haben, die bauen da überall Hardox-Verschleißplatten drin. Also hier ist eine locker 3 mm Aufpanzerung aus Hardox drin. Die du mit den 3 Schrauben, ja, und dann vorne nochmal 3 Schrauben, machst du die lose, wenn die verschlissen ist, und tausch die aus. Das heißt, du hast nicht dauernd die Tülle durchgeschliffen, sondern du tauschst einfach eine Verschleißplatte aus. Und Leute, Hardox, das Ding hält ewig. Genauso unten, unten in der Trommel, wo die Scheibe läuft. Ist eine Hardox-Verschleißschiene drin. Wenn die durch ist, alter, rausschrauben, neue rein, fertig. Das sind so die kleinen und feinen Unterschiede, ne? Auch, dass man vernünftig auf den Kurzflügeln laufen kann und so. Ich finde, das macht sowas einfach aus. Das macht ein gutes Produkt aus, dass man eben nicht so eine pimmelige Blechtülle hat, die nach 300 Stunden durchgeschliffen ist, sondern eben was Reelles, wo eine Hardox-Schiene drin ist, die man austauschen kann bei Bedarf. Ist doch super. So, jetzt wollt ihr aber das Ding endlich anhaben, ne? Ich hab bestimmt schon 20 Minuten gelabert. Ich glaub, das hatten wir ja in dem anderen Video auch schon mal so ein bisschen gezeigt. Also vorglühen. Der hat jetzt, was haben wir ihn jetzt benutzt? Ja, ein paar Stunden ist er schon gelaufen. So, pre-heat. Starten, ich hoffe, ihr hört mich noch. Dann könnt ihr hier voll hydraulisch hoch, voll hydraulisch drehen. Und auch die Klappe. So, und jetzt kommen wir zu dem Pfeil, was ich sagte. Das wäre jetzt Handbeschickung. Dann seht ihr, dann fällt das da so ein bisschen von alleine rein. Dann funktioniert auch eben der Sicherheitsbügel noch. Und dann funktionieren auch hier die beiden Elemente. Diese Stellung auf Anschlag ist jetzt die Kranstellung. Man sieht, der ist viel tiefer, sodass man das Schläge hier hoch in die Walzen reingrückern kann. Bei der Handbeschickung braucht ihr die Stützen nicht. Bei der Kranbeschickung muss der natürlich abgestützt sein. Das machen wir jetzt. Hier ist ein Totwandschalter. Da müsst ihr also draufkriegen. So. Jetzt haben wir den Hacker vorbereitet. Die Kranbeschickung. Jetzt müssen wir einkuppeln. Dann kommen wir den Kran raus. Die Kran-Bohrkuren. vidéosch! Kranbeschickung! Kranbe Häuser! Kranbe Häuser! Kranbe Häuser! Kranbe Häuser! Kranbe Häuser! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war jetzt Kran Ihr seht also, jetzt funktioniert das von an Das ist übrigens Eiche, extra für euch Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, also habt ihr gesehen, ganz normal dann wieder Drehzahl runter, alles zusammenklappen, wichtiges Stützen hochfahren, so hier eben die Halterung für die Kegel, wenn das Ding runtergeklappt ist, kann euch die auch keiner klauen, gut, ich denke diese Kegel würde keiner klauen, aber wenn man die schwere Verkehrsausführung da drauf hat, ist vielleicht so ein bisschen Diebstahlstutz gar nicht verkehrt. Also ich finde das alles in allem sehr gut durchdacht, ich bin sehr zufrieden mit der Maschine, die ist natürlich nicht billig, also mit Vollausstattung, wie sage ich jetzt was zum Preis? Ich formuliere es mal anders, das Basismodell, so nackig mit ohne Hydraulik und so, fängt irgendwo so bei 85.000 an. Das hier ist volle Hütte, ihr kennt das vom Auto, wenn die Dinger so, ne, Dacia Logan ab 10.000 Euro oder Dacia Duster ab 10.000 Euro, wenn ihr da ein Radio und so drin haben wollt, dann seid ihr selbst bei dem Duster ganz schnell bei so bei 16.000, 18.000, also man kann so einen Preis auch verdoppeln. Das schafft man bei der Maschine nicht, aber man kann auf jeden Fall wesentlich mehr ausgeben als die 85.000, so viel verrate ich schon mal. Das heißt, klar muss so eine Anschaffung gut überlegt werden, aber ich habe euch das schon mal in meinen vergangenen Videos gesagt, Leute sind schwer zu kriegen, Personal ist schwer zu kriegen und das Ding hier mit dem Kran, da kann selbst Tina 500 Kilo schwere Baumstämme durch den Hacker vögeln. Ja, also, ähm, das kann ein kleines Mädchen, da könnt ihr eure Achtjährige draufstellen mit dem Gehörschutz und dann gib ihnen die Heide. Ah, sind wir wieder bei dem Thema, Kinderarbeit ist ja leider in Deutschland auch verboten, wäre schön, wenn wir alle für den Lutscher arbeiten würden, aber weil wir nicht alle für den Lutscher arbeiten, rechnet sich so eine Maschine auch, ne, wenn ihr überlegt, was euch ein Mitarbeiter die Stunde kostet und wie schnell ihr den verschleißt am Häcksler, ja, wenn der den ganzen Tag irgendwelche schwere Scheiße da rein jubeln muss, dann hat so eine Maschine als Zwischending zwischen so einem 425er Jensen und dem 250.000 Euro Treckerhäcksler plus nochmal 250.000 Trecker, also da kommt ihr ja auch mit einer halben Million um die Ecke, wenn ihr da was Reelles vorstellen wollt, ne, so ein Klaas Xerion, ne, mit so einem großen Jensen oder einem großen Ufgishacker mit einem 13 Meter Kran dahinter, da wird schon mit 200.000 Anschaffungspreis eng, nur für den Hacker, ne. Also das Ding hat seine Daseinsberechtigung für alle Betriebe, die so wie ich viel Arbeit haben, wenig Leute und deshalb eine gewisse Schlagkraft brauchen. Ähm, ich kann euch nicht sagen, wie viel Kubikmeter der die Stunde macht. Ich kann euch aber sagen, obwohl ich mit dem Kran echt noch nicht gut umgehen kann, weil ich da erst zweimal draufgestanden habe, gehen 12,5 Kubikmeter in mein Auto rein. Und wenn das Zeug richtig liegt, wir haben da gestern so eine Baustelle gehabt, wo Tina mir das mit dem Fährmeer alles auf den Haufen gepackt hat. Und wenn du dann zwei so einen Haufen hast und du grufst dich da so fünf Minuten lang ein in den Kran. Ich habe mein Auto in elf Minuten voll gehäckselt. 12 Kubikmeter in elf Minuten. Also das sind gute Werte, finde ich, für so eine Maschine. Also mein Auto ist jetzt der limitierende Faktor. Ich werde definitiv ein größeres Auto brauchen. Containerabroller oder irgendwie sowas. Also der Hacker ist nicht ganz billig, ist kein Schnäppchen, aber ist eine Wahnsinns-Arbeitserleichterung und macht euch so schnell. Und überlegt mal, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wir werden es demnächst ausprobieren. Mit der Fernbedienung, da kann Tina den vom Skizdeer aus steuern. Das heißt, Tina kann die Sachen mit dem Skizdeer greifen und es braucht gar keiner mehr auf dem Kran stehen, sondern sie kann es so mit dem Skizdeer hinten reinschieben und es kommt vorne gehäckselt raus. Es braucht keiner dabei stehen, es ist keiner im Gefahrenbereich. Überlegt mal, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie oft habe ich das bei dem Jensenhacker gehabt, wenn du irgendwas reingeschoben hast und das hat sich blöde gedreht beim Reinziehen oder so, dass du es an die Ohren gekriegt hast, ans Gesicht, an die Schulter, an die Beine, irgendwo, dass irgendwelche Stücke wieder rausgeflogen sind, die einem dann entgegengekommen sind. Und überhaupt diese ganze Heberei und dieses Drehen immer aus dem Rücken mit diesen schweren Staten, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wie gesagt, ich zwinge niemanden dazu, Sachen zu kaufen, die ich kaufe oder gut finde, sondern ich versuche einfach nur, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit euch zu teilen, so dass ihr einen Denkanstoß habt, kommt das für euch in Frage, kommt das für euch nicht in Frage. Ich weiß, dass es viele Baumpfleger gibt und auch reine Pflegebetriebe, die kommen mit diesen ganz kleinen Häckslern aus hier. Diese Trichter-Häcksler, so ein, ja Jensen ist ja der, Jansen heißt ja, ist ja der bekannteste, dieses graue Mikroteil da, wo man jeden Ast so einzeln reinfüttert und wo dann ständig der Trichter auf der anderen Seite verstopft. Deswegen bauen ja alle direkt erst mal das Ding um, wenn sie ihn kriegen. Also wenn ich was kaufe, will ich das nicht erst umbauen, ganz egal wie billig das war, sondern ich will damit arbeiten können. So. Und bei unserem Großen, bei dem 425er war es auch so. Er musste immer noch von Hand beschickt werden, man war da immer irgendwie noch zwischen und natürlich hat er auch schon gut was weggefressen und viele finden selbst den zu groß. Ich meine, wir sind angefangen mit einem 540er vom Jensen, mit diesem auf Einachsfahrgestell 540er, sind wir jahrelang gut mit klargekommen, dann haben wir abgegradet auf den 425er. Und wir haben abgegradet, weil es auch leid sind, immer die Zwillen auseinanderzuschneiden. Also die Zwiesel, gerade wenn ihr Obsthölzer habt oder so, die nimmt der Hacker schlecht. Das ist diesem einfach mal scheißegal, der bricht das alles kaputt. Wir haben die Walzen auch hydraulisch, also das Basismodell klappt die Walzen. Einfach nur auf und kann die hydraulisch dann zusammendrücken. Macht das dann auch selber, wenn es Widerstand spürt, drückt es die zusammen, um die Zwiesel zu zerdrücken. Ihr könnt aber, wenn ihr zum Beispiel einen großen Stamm habt, die Walzen nicht aufmachen beim Basismodell. Wir haben das hydraulisch bestellt. Wie gesagt, volle Hütte. Das heißt, wir können die Walzen auf Knopfdrück hydraulisch öffnen, dann können wir einen großen Stamm reinschieben, dann packt er sich die und dann zieht er sich die durch. Es lohnt sich immer eine Mark mehr auszugeben. Immer. Es macht das Leben leichter. So, in diesem Sinne, vergesst das Gewinnspiel nicht, kommentiert. Ich weiß, das Video ist lang. Ich hoffe, ihr guckt es trotzdem. Und denk mal drüber nach, für die Leute, die so wie ich so eine Zwischengröße haben, die noch nicht in einer ganz großen Liga mitspielen können, aber eben auch schon zu klein sind für so einen Jensen-Häcksler. Ja, also, genau für solche Menschen ist das Ding gebaut. Der Jaring-Backer, ja, von Ufkis, der die Dinger hier für Schüttke verkauft, der hilft euch bestimmt weiter. Ich werde dem seine Anschrift, also nicht seine Telefonnummer, weil dann hat er 300 Anrufe am Tag, aber ich werde seine E-Mail oder so, werde ich unten einfügen. Und wenn ihr dann Fragen habt oder so, könnt ihr euch bei Jaring direkt melden oder ihr meldet euch bei Schüttke. Wir sind übrigens, und die Maschine auch, am 8. bis 11. Mai in Sundern, Tag der offenen Tür bei Schüttke. Da steht mein LKW, dahinter ist diese Maschine, da könnt ihr mal sehen, wie leistungsfähig die ist. Da wird die vier Tage lang, fünf Tage lang vorgeführt und dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie kraftvoll und leistungsfähig das Ding dann wirklich in der Praxis ist und wie schnell mein LKW dann auch zu klein wird. Dat ist ein Schüttke. Untertitelung des ZDF, 2020